Bitte lasst sie hier jetzt nicht drin stehen. Okay, hier haben wir Waffengeständer ohne Waffen. Das ist schon mal nicht ganz das, was ich erwartet hätte. Okay, die Schuhe, die können sie auch behalten. Kann sie auch behalten. Also ich will hier nicht alles klauen, sondern eigentlich nur das Gutes Gelumpe. Aber das ist hier ja scheinbar nicht möglich. Da es hier kein Gutes Gelumpe gibt. Ich hätte vielleicht irgendjemand mit der Schaufel erschlagen. Wow, Randale. Nein, nicht Autolaufen. Wow. Oh yeah, meine Sicherheitsfertigkeit hat sich verbessert. Und jetzt bin ich voll der cooler Dieb. Komm schon. In der Truhe hier muss doch irgendwas Gutes. Habe ich mich wohl geirrt. Habe ich mich wohl wirklich geirrt. Gut, dann würde ich einfach mal so sagen, war das hier wohl gar nichts. Gar nichts. Arg. Die sollten vielleicht direkt in ihren Shop einbrechen. E-Fair-Platz habe ich noch. Ja, das reicht. Ich bin ein Kunde und ich möchte etwas kaufen. Und zwar in der Nacht. So. Gut, dass ihr überall Licht angelassen habt. Ach, stimmt ja. Ich hätte in den anderen Laden einbrechen sollen. Der hier Laden war ja auf Mist spezialisiert. Herr Brian Hammond. Kannst hier noch irgendwas relativ wertvolles rumstehen? Ich wette nicht. Ich möchte dieses Gemälde klauen. Schade. Ich würde sagen, wir schauen dann mal noch in diesen anderen, in diesen Waffenladen rein. Und da war ich verschwunden. Klauen hier unsere Seele aus dem Leib. So. Tada. Lass mich raten, auch hier hat nichts Gutes hier rumstehen. Ein Stahlkleben. Ja, das kann man nochmal mitnehmen. Jetzt brauche ich vielleicht noch irgendwas Leichtes. Was ist auf dem Flugblatt drauf? Zur Hauptzutat. Führt nur die feinsten eichmessischen Zutaten. Bla, bla, bla. Ne, das ist alles auch. Lederhelm. Stahlhelm. Eisenhelm. Nein, steck weg. Den nehmen wir mit. Was liegt hier jetzt noch rum? Flugblatt. Schublade. Nichts Wichtiges. Schreibtisch. Auch nichts Wichtiges. Da hatten wir schon reingeschaut. So, dann können wir hier nochmal im Keller nachschauen. 297. Ich habe noch nicht mehr mehr 20 frei. Ist dieser Helm eigentlich besser als der Helm, den ich jetzt gerade habe? Zwei Verteidigung. Ich glaube nicht. Auch zwei. Gut, macht keinen Unterschied, welchen ich da nehme. Deswegen wird das Zeug dann wohl verkauft werden. An den Hehler unseres Vertrauens in Ongar. Oder hieß der Typ Ongar? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Gold wird geklaut. Kiste. Nichts. Oh, hier hat aber jemand fleißig geübt mit seinen Drecksschwerten hier. Ist es verkauft. Warum sind die alle arm? Warum haben die alle nichts? Ich sollte hier vielleicht mal von irgendjemand anders klauen. Von der Magiergilde oder so. Für die geben wir sowieso mein ganzes Zeug gratis, wenn ich mich recht erinnere. Grrrr. So, wo war jetzt der Typ? In Bruma war der, glaube ich. Bei dem ich mein ganzes Zeug verschärbeln kann. Ja. Schon irgendwie. Hey, ist es nicht der Typ hier, der Sicherheitsmann war? Halt leid mit einem alten Kriegsveteran. Wie wäre es mit Nö? Du bist genauso behandelt wie alle anderen auch. Nämlich gar nicht. Waha. Diabolisch. Nicht wahr? So, wo war jetzt hier? Mister. Ich wohne in meiner kleinen Hütte und kaufe dir jeden Scheiß ab. Denn ich habe hier sonst nichts zu tun. Und das Haus. Jetzt tragen wir uns wieder unser Gewand der schlagfertigen Zunge. Nehme ich einfach mal an, soll es heißen. So, kauf mir meinen Scheiß ab. Los, ich befehle es dir. Mein Lieblingskunde. Wahrscheinlich. Ja, dein Lieblingskunde. Ich kann nicht so wenig dafür. Neh, natürlich kannst du so wenig dafür nehmen. Verdammt, jetzt klinge ich auch noch das Telefon. Ist du an? Yeah. Und ich mache einfach weiter. Ich kann nicht so wenig dafür. Das kommt, wenn du Scheiße bist, der mich ja Bastard. Scheiße. So. Ne, der Schlimme setzt das Amulett. Weg damit. Kupferamulett. Alles weg. Alles muss raus hier. Jo. Das klingt nach einem Ange... Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Oh, meine Lase läuft bestialisch. Ja. So, haben wir jetzt alles verkauft? Bin ich. Wo kann ich dir jetzt einsehen, was für ein... Wie viel... Ah, hier, also 386. Ich würde jetzt aber gerne noch ein paar... Dietrich kaufen. Boah. Und da wird mir ein Taschentuch gereicht. Ihr habt nichts gehört. Da ist nichts geschehen. Bin ich froh, dass das erledigt ist. So. Ich brauche ein Nickerchen. Ich brauche ein Nickerchen. Okay. Wir haben jetzt Zeug geklaut. Und jetzt kann ich wieder meinen... Ähm. Schauen wir mal, was die Quest sagt. Wenn ich mal 500 Goldstücken brauche... Äh. Achso, ich sollte mal bei Amul vorbeischauen. Jetzt schon. Ich dachte 500. Ich nehme an das erst die nächste Stufe dann, die dann folgt. Gib mir ein awesome Quest. Oh yeah. Bei der ich jede Menge Sachen kaputt machen kann. Oh yeah. Denn ich bin der Zerstörer der Welt. Oh yeah. Schauen wir mal, wie ich die Oblivion... Dimensionen schon voll gefickt habe. Yeah. Yeah. Ne. 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 Dumm. So, um zwei nochmal auf festzuhängen. Der Boden ist aus Lava und ich bin gerade verglüht. So. Jo. Um zwölf steht er da. Wenn ich um elf Uhr 53 da antanze, sollte er dann ja auch irgendwann kommen. Um Spaß mit mir haben zu vollen. Yeah. Grüß euch. Schön euch wieder... Schön euch wiederzusehen. Ihr solltet mich hier nicht... Ne, ne, ne. Gut. Dann spreche ich dich eben da hinten an. Wenn dir diese fünf Meter hier gelaufen ist. Ich sehe, ihr folgt ebenfalls dem Graufuchs. Ja, das tue ich zwar einiges besser als du. Aus dem rede ich nicht mit jedem da rüber, der mich anlabert. Mir fehle. Töte ich die nicht alle noch später? Na, ist ja auch egal. Hui. So. Schön euch... Die Gilde hat den Auftrag erhalten, eine einzigartige Statue zu stehlen. Es ist eine Büste von La Taza in Dari. Euch wird eine angemessene Summe gezahlt. Nehmt ihr diesen Auftrag... Ich nehme ihn an. Hervorragend! Bringt sie zu... Okay. Wo befinden sich die denn? Diese... Awesome-Statue. Wenn ich das mal so sagen darf. 100 Goldstücke dafür zahlen. Uhuhu. Ich muss sagen, 100 Goldstücke sind jetzt gar nicht mehr so viel. Weil man bedenkt, dass ich bis vor kurz noch an stetiger Geld... Not... Lit... Wo ist denn die? Genau. Da. The fuck. Wo ist der bitte? Okay. Dann werde ich mich mal genau da hin positionieren. Achso. Ich soll diese Statue hier klauen? Was? Was will es von mir? Das ist eine Büste von La Taza in Dari. Das ist von Chain in Hals. Was sind diese dämliche Büste? Ich muss sagen, ich bin slightly verwirrt. Grüße, Lissanders. Nee. Der Fug. Haus zum Verkauf. Yay, ein Haus. Ein Höhler. Ich spreche ein bisschen ja mal mit dem Penner. Von einer... Büste von... Sicher. Ich habe... 15 lassen. ...gab kürzlich eine Büste La Tazas in Auftrag. Sie soll von Elfen geschnitzt worden sein. Zudem stellte er eine Waffe zur Wahrung ihrer Grabruhe ab. Früher konnte jeder sie besuchen. Doch jetzt ist ihre Grabstätte... Es heißt Stift. Ja, ja, natürlich. Verwunschene Krypta. Das kennen wir doch alles schon. Möge der Schatten euch sehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Kirche und... ...hauen die voll weg. Scheiß Verwunschen, ach shit. Du brauchst sowieso keinen Scheiß. Wer braucht schon Verwünschungen, wenn er Wünsche hat? Ich hätte ja mal noch ein bisschen klauen sollen. Fällt mir gerade ein. Aber das kann ich auch noch später in Angriff nehmen. Zurück. Und jetzt nicht zurück. Du kannst meinetwegen zurückgehen. So, ich würde sagen, dann lege ich wieder meinen... ...gewandte Schwarz-Bruderschaft an. Die mich so gut wie unsichtbar macht. Und wenn ich dann jetzt immer noch... ...nicht unsichtbar genug sein sollte... ...kapellen Raum... ...kapellen Gruft. Ich nehme an, ich muss in die Gruft. Nicht wahr? Ja, dachte ich mir schon. Ja. Ich habe hier immer noch meinen Unsichtbarkeitszauber. Ich glaube, den werde ich dann jetzt auch gleich mal auspacken. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an.